Hey, hey, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von kritisch gesehen. Ich bin Thorsten und heute werden wir uns einem, ja, Film widmen, der die Kinowelt in Aufregung versetzt hat. Christopher Nolans epischer Streifen Oppenheimer steht im Fokus unserer kritischen Betrachtung. Also starten wir gleich rein. Ja, es ist kaum zu glauben, welche absurde Gerüchte kurz vor dem Kinostart von Christopher Nolans dreistündigem Epos Oppenheimer kursierten. Der renommierte Regisseur sah sich tatsächlich genötigt, die Melden zu dementieren, dass er während den Dreharbeiten seines Films über den Erfinder der Atombombe eine der Massenvernichtungswaffen detonieren ließ. Ein derartiges Spektakel mag zwar die Vorstellungskraft einiger Leute beflügeln, doch auch Nolan selbst fand es sehr fruchteinflößend, dass ihm so etwas überhaupt zugetraut wurde. Man kann jedoch nicht leugnen, dass er das Gerücht selbst durch seine Aussage, dass es in Oppenheimer keinerlei CGI-Effekte gäbe, ein Stück weit angeheizt hat. Einige haben diese Aussage wörtlich genommen, obwohl sie nur die Betonung auf die altmodische Handwerkskunst des Filmemachers legen sollte. In der Tat, Oppenheimer ist ein verschachteltes Historie-Drama, das mit zahlreichen visuellen Effekten aufwartet, jedoch ohne die Dominanz von Computereffekten auskommt. Kinotechnik-Free Christopher Nolan hat gemeinsam mit seinem Special-Effekt-Zauberer Scott Fischer, der ihn schon seit Inception begleitet, auf die altbewährte Art und Weise gearbeitet. Die verbliebenen Computereffekte unterstützen zwar die Inszenierung, nehmen jedoch niemals eine tragende oder dominierende Rolle ein. In der zweiten Hälfte des Films entfaltet Oppenheimer eine unglaubliche Kraft und erzeugt einen Rausch, der selbst die Lehrstunden in theoretischer Physik und politischem Intrigenspiel mitreißen kann, auch wenn man beim ersten Anschauen nicht alles sofort durchschaut. In dieser cineastischen Reise gibt Christopher Nolan seinem Stamm-Nebendarsteller Kilian Murphy die Chance seines Lebens und dieser nutzt sie eindrucksvoll. Seine Performance als J. Robert Oppenheimer ist beeindruckend und trägt maßgeblich zum Erfolg des Films bei. Die Geschichte von Oppenheimer wird durch zwei verschiedene Anhörungen in Rückblenden erzählt. Wir erleben J. Robert Oppenheimer Mitte der 50er Jahre, wie er sich gegen die Entziehung seiner Sicherheitsfreigabe und somit gegen den Verlust seines Jobs zur Wehr setzen muss. In diesen Rückblicken offenbart er sein gesamtes Arbeitsleben, erzählt von einem Studium in Europa davon, wie er die theoretischen Quantenmechanik in die USA brachte und von seinen früheren Zustimmungen zu auserwählten kommunistischen Ideen. Besonders prägend war jedoch seine Zeit als Lehrer des Manhattan-Projekts, bei dem er den Auftrag erhielt, eine Bombe zu bauen, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Dieser Teil des Films ist farbig dargestellt und nimmt den Großteil der Handlung ein. In einer anderen Zeitebene sehen wir Oppenheimer einige Jahre später in einer Schwarz-Weiß-Erzählung, als der US-Senat den Politiker Louis Strauss als Handelsminister im Kabinett vom Präsident Dwight D. Eisenhower bestätigen soll. Hier steht die Beziehung von Strauss und Oppenheimer im Fokus. Ein Konflikt zwischen dem Selfmade-Millionär Strauss und dem Starphysiker Oppenheimer, der die Notwendigkeit einer noch mächtigeren Wasserstoffbombe ablehnte. Dieser Teil der Geschichte verdeutlicht die Zerrissenheit des Titelhelden Oppenheimer. Christopher Nolan beeindruckt erneut mit seiner verschachtelten Erzählstruktur, die den Zuschauer in eine komplexe Handlung mit zahlreichen Lückblenden und Zeitsprüngen führt. Die Unterteilung in schwarz-weiße und farbige Passagen ermöglicht uns, aus verschiedenen Perspektiven auf die Ergebnisse zu schauen, wobei der Blick auf die Geschichte betont subjektiv ist. Dasselbe Moment wird mitunter aus der Sicht des Protagonisten und dann aus der des Widersachers gezeigt, wobei subtile Unterschiede in den Erinnerungen faszinierend und verwirrend zugleich sind. Ja, es bedarf schon einiger Geduld, sich in Oppenheimer einzufinden, doch das Durchhalten lohnt sich. Im Verlauf des Films entfaltet sich eine kraftvolle Geschichte, die weit über ein bloßes Fakten- und Begegnungs-Biopic herausgeht. Das Meisterwerk wird im finalen Drittel zu einem seniastischen Rausch, der den Zuschauer fesselt und mitreißt. Die audiovisuelle Überwältigung von Oppenheimer ist typisch für Nolans Stil. Die perfekte Symbiose von Bild und Ton ermöglicht ein intensives Filmerlebnis, das die Zerrissenheit der Hauptfigur Oppenheimer noch weiter betont. Die Musik und der Soundtrack von Ludwig Göransson verstärken die Emotionen und geben Einblicke in Oppenheimers Innenleben. Die eindrucksvolle Atombomben-Testszene in Los Alamos ist ein Meisterwerk des filmischen Handwerks, bei der der Ton bewusst auf ein Minimum reduziert wird, um die Spannung und Anspannung der Wissenschaftler zu verdeutlichen. Der Cast, angeführt von Cillian Murphy und Robert Downey Jr., liefert großartige Leistungen. Matt Damon als militärischer Leiter des Manhattan-Projekts und Emily Blunt als Kitty Oppenheimer stechen besonders hervor. Emily Blunt verleiht ihre Rolle als Ehefrau von Oppenheimer Tiefe und Authentität und zeigt eindrucksvoll ihre schauspielerische Klasse. Oppenheimer ist ein lauter, kraftvoller und mitreißender Film, der den Zuschauern eine Welt voller Ambivalenz und Zerrissenheit entführt. Die subtile Darstellung der Figuren und die eindringliche Inszenierung machen den Film zu einem cineastischen Meisterwerk. Manchmal mag der Einstieg in die komplexe Erzählung schwerfallen. Doch sobald man sich darauf einlässt, eröffnet sich ein mitreißendes Rauscherlebnis. Christopher Nolan beweist erneut sein Talent für festendes Kino, das weit über ein gewöhnliches Biopic hinausgeht. Kommen wir mal zu dem Fazit. Oppenheimer ist ein wahrhaft eindrucksvolles und monumentales Kino-Rauscherlebnis, das dank der starken schauspielerischen Leistungen, der verschachtelten Erzählstruktur und der beeindruckenden audiovisuellen Gestaltung weit über ein gewöhnliches Biopic hinausgeht. Ein Meisterwerk von Christopher Nolan, das die Zuschauer in einem Band zieht und lange nach dem Abspann zum Nachdenken anregt. Und das war es auch schon wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, dieses packende Abenteuer zu besprechen. Denkt daran, kritisch gesehen Podcast ist nicht nur auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, sondern natürlich auch auf dem YouTube-Kanal Produkttester vom Verbraucher für Verbraucher. Lasst dir gerne mal einen Kommentar oder ein Like da und ich würde mich freuen, wenn ihr die Kanal abonniert oder mir folgt auf den Podcast-Plattformen. Ich sage nur, bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch, bleibt neugig und vor allem bleibt am Ball. Euer Thorsten. Ciao. Ciao.